So weiter geht's mit Valkyrie Profile und ähm ich hab ein bisschen meinen Kanal geändert auf YouTube ähm ich hab den ganzen Subscribemüll weggemacht so weil ich bin nicht Abogeil ja überhaupt nicht ähm also abonniert mich echt nur wenn euch meine Let's Plays gefallen oder so aber jetzt einfach ich bin nicht Abogeil überhaupt nicht ich mach das einfach nur aus Spaß hier wenn es euch gefällt ist schön ja wenn nicht dann guckt's euch nicht an ist mir egal so weiter ich hoffe mal ich komm jetzt irgendwie mal zum Zug hier ähm mal dass ich mal irgendwie rumlaufen kann und selber mal ein bisschen Gebiete erkunden kann weil bis jetzt hatte ich noch nicht wirklich die Möglichkeit dazu in 5 Parts so jetzt ist fast eine Stunde rum äh und irgendwie könnte ich immer noch nichts machen bisschen komisch aber okay meine Freundin findet's nicht schlimm dass das Intro so lange ist wahrscheinlich ist es das auch nicht ich hab keine Ahnung aber mir kommt jetzt einfach nur uhhhh jetzt lange vor und ich will jetzt einfach nur und ich hab jetzt grad gar nicht gelesen worum geht's jetzt hier was quatschen die naja okay er hat alle weggeklatscht voll easy kann ich auch kein Problem ich hab auch so riesen Schwert hier in dem nur liegen aber das benutze ich nie ich nehm immer meine Fäuste wenn irgendwelche Ritter ankommen und mich irgendwie belauern ja echt ohne Scheiß nee also nee also nee es ist spät und ich rede ein bisschen Würres Zeug also bin ich eben ich bin ich ganz normal okay ähm trotzdem hab ich jetzt nicht aufgepasst worum jetzt hier geht's in dem Gespräch aber das ist ja egal ich werde sie dann eigentlich nachher sehen wenn ich es mir nochmal angucken ey warum labre ich eigentlich so viel Müll ähm ja sind das jetzt alter Mann äh äh das war ein Hirsch da gibt's auch Kapitän hä warum hat er das nicht gemacht oh mein Gott ähm warum warum war das nötig warum ist das passiert weshalb eigentlich unsere Angesierung hm lalalala 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 es scheint wir werden ziemlich viel Zeit zusammen hä warum ist eigentlich jetzt die Prinzessin mit hier oder die Königin oder die Königin aber es ist das, kleine ein 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 eine ein 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 es ist ja nicht passiert weil ich nicht aufgepasst habe sch das ist von ihr verschwinden was machen wir als nächstes ja ich will es mir ein bisschen was machen alleine was erkunden und sowas ich soll mich noch mal konzentrieren ok ich sollte jetzt die anwesendheit der untoten auch spüren ich habe angst wo geht es jetzt hin die ortolianischen bergrünen ok jetzt ja ich fühle sie ist es im ganzen cool das ist in den nordhügeln ja so wie die höchsten eben umgeben dass ich irgendwie Feuer brennt gerade da und schreie sind dort jede nacht zu hören ich kann jetzt hier selber rumrennen ich spüre einen gegner was leuchtet da ein untoter bist du bereit ja ok ähm memory camp hier kann ich speichern jo ok jetzt geht das spiel so langsam los ähm ich denke schon dass du es verstehst aber im seelen essen ist eine angewohnheit der toten den toten Gnade zu zeigen ist sinnlos ok los geht's ichVI ich kann selber rumrennen ich werde bekloppt hä wieso kann ich mir selber kämpfen ha 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 nyajaa ok los ok los oh ja wie geht's ich hab'n Menü ich werde bekloppt level 1 level 1 Ekanag hier ihr seid jetzt eine stunde spielzeit und jetzt geht es erst mal richtig los Okay, los. So viel zum selber rumlaufen. Ja, wenn ich den nehm an den Kopf schmille, muss ich den angreifen. Ich hab' Schwerke und zack, 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 zack. Haha. So, haha, ja, haha, ja. Komm. Wo geht's denn hier rein? Ey, das Spiel ist cool, es gefällt mir. Mach auf. Okay, komm ich noch nicht durch. Oder überhaupt nicht durch. Keine Ahnung. Hm. Yeah. To my side, my noble I'm here, Yard. Uh oh, we may be in trouble. Okay. Mensch, wenn du vielleicht spielst, muss ich nur noch ein bisschen Finger berühren, dann fällt er um, ne? Okay. Gibt's da rein? Was gibt's hier zu tun? Warte da. Leg weiter. Ähm. Bis da angucken und unten und X drücken. Alles klar. Machen wir. Nachdem es nicht tot ist. To my side, my noble I'm here, Yard. Hm. These beasts will be a good test. Warte da! Fuß, das heißt. Ah. Jaaah! Da hat mir Magie. Hat jemand Magie? Nein. Oh. Cool. Und heilen kann sie auch. Feuerstar! Tamma hat. Warum lebt es noch? Boah. Cool. 300. Jo. Immer noch kein Level ab. Lolololol. Das Auge des Himmels. Was ist denn das? Ähm. Nein. Oh mein Gott, hier kann man sauviel ausrüsten. Was ist denn das? Oh mein Gott, hier kann ich die ganze, ähm, die ganze Map sehen. Manche Gebiete sehen, wo ich doch nicht wahr halte. Was ist das? Ah, okay. Weiter. Ja. Oh ja. To my side, my noble Einherjahr. Oh, das ist nicht schön. Sieht aus wie eine Assassin. Hm, diese Bieste werden ein guter Test sein. Wow. Ich habe ein whatever. Oh ja. Bis zum nächsten Mal.